so kakao muss warm werden die beiden schlafen alle drei schlafen guck ist jetzt hier gepackt das kann man mal in den Müll legen wir können ja auch mal ein bisschen mitte aufräumen so als göttliche fügung haben die zwerge in der nacht quasi einfach mal den müll weggebracht ja das den müssen aber bald mal ausbringen den müll wie groß ist denn deine wohnung oder hast den pc in der küche wie ich war kurz in der küche habe den kakao in eine mikrowelle gestellt und bin wieder gekommen wieso dankes karte schicken wofür denn dankes karte das hier wahrscheinlich dankbarkeit hat man gehört ja das ist quasi direkt hier gegenüber so gleich wieder da ja 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 wasser hätte ich auch gleich mitbringen können naja muss ich gleich noch mal los so können wir das jetzt hier mal vorspulen ich empfehle übrigens nicht den m&ms kakao zu kaufen feier tag war fantastisch konnte alles tun was er geplant hatte nächstes jahr möchte er mehr machen okay diesen m&ms kakao den man jetzt kaufen kann es gibt auch milky way kakao und dieses denn m&ms kakao kann ich nicht empfehlen weil da sind zwar m&ms drin super wenige aber diese m&ms die m&ms die lösen sich nicht so richtig auf in der warmen milch und diese halb aufgelösten m&ms schmecken irgendwie voll eklig und der kakao an sich schmeckt zwar ganz gut aber dafür ist er zu teuer okay das sieht dann so aus die lösen sich so halb auf dann hat man da so kakaobreie masse unten dran kleben und ja so können die zwerge jetzt eigentlich irgendwie weg packen oder so zwerg im adams kostüm oh müll leeren ich brauche eine mülltonne um den müll nach draußen zu bringen oh je oh je huch was ist das denn blickblock signiert ah das ist das was wir hinbekommen haben wo ich überlegt habe wie blickblock nicht mehr direkt von den fans briefe der liebe und bewunderung von deinen fans ah ok hm hm Hm, gibt es draußen? Ja. Und gibt es da auch eine Mülltonne? Ja, ne? Hm. Vermüllung verboten. Der passt eigentlich ganz gut, ne? Zum Haus. Mein Bauch drückt. Zu voller Topf und zu viele Artkäse. Kann mir jemand sanft den Bauch massieren? Na klar. Kann man die auch öffnen, die Post? Ansehen. Okay, das ist nur so ein Deko-Element. Hm. Der Hund muss erstmal den Müll beschnüffeln. So, wir müssen auch das Video zu Ende bearbeiten. Ja, wir müssen auch auf Toilette und wir müssen auch bald arbeiten, glaube ich. Tanis muss der auch wieder arbeiten? Oder hat der... Okay, Tanis muss in einer Stunde arbeiten. Und ich muss dann in zwei Stunden, äh, in drei Stunden arbeiten. Hm. Zehntausend Follower ist ja völlig verrückt, ey. Völlig verrückt. Okay, das und dann, äh, Videobestand ansehen. Bearbeiten. Hm. Okay. So, jetzt habe ich ausgetrunken, jetzt habe ich unten diese komische Schokomasse. Oh, die schmeckt einfach richtig eklig. Level 2 der Medienproduktion, sehr gut. Herr Thanes, was ist los mit Ihnen? Trending. Sebastian trendet im Internet. Cool. Vielleicht sollte er aber, bevor er im Internet trendet, einmal aufs Klo gehen. Huch, wir speichern. Äh, wir können auch mal speichern zwischendurch, ja. Speichern. Die Schokomasse ist die beste. Boah, nee. Aber nicht von dem M&M's Kakao. Schmeckt irgendwie echt eklig. Boah, für 210 kann man den verkaufen. Zwei brauchen wir ja davon nicht. Eigentlich brauchen wir die alle nicht, aber... So, er ist fertig mit dem Video, oder was? Warte mal. Warte mal kurz. Übergänge hinzufügen. Das machen wir noch. Wenn wir jetzt schon Level 2 sind, dann können wir auch Übergänge hinzufügen. Warte mal, was haben wir noch gekriegt? Hm. In der Musikstation stehen ihnen mehr Songs und Remiskes. Also diese Tierchen brauchen ganz schön viel Aufmerksamkeit, muss ich mal so sagen. Wir können auch bald gleich nochmal zu Muschel ins Büro rüber, oder so. Weiß gar nicht, ob wir da mal das Haus einrichten sollen. Ob die keine Möbel mitgenommen haben. Und wir müssen ihnen noch eine schwarze Katze machen. Das ist wichtig. Gut, okay. Und jetzt hochladen das Video. Ja, ja, ja. Ich gehe ja zur Arbeit. Äh, wie hochladen? HD-Kamera-Ringlampe. Beauty-Tipps-Mode. Können dem Hundi aber mal was kaufen, kurz. Hm, hm, hm. Schlabberschmatz. Knuddel-Wuddel. Oh Gott. Äh, wo gibt es noch Hundespielzeug? So Bällchen und so. Was für draußen? Ah, ja. Quiek, quiek, quiek. Hier, ein Programmgesteierter Futternapf. So was muss ich mir dann auch kaufen. Miauball. Jack. Oh, oh, oh. And Zerba. Oh, muack. Uh-huh. Hi, Ibs. Wow, alter Schwede, Fuchsi. So share it, baby. What the fuck? Hallöchen, liebe Frau Fuchsi und hallo an alle, die darüber geschmissen wurden. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt bisher. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich ja mal ein bisschen überfordert gerade hier von Frau Fuchs. Geht's dir gut, liebe Fuchsi? Keiner spammt. Ah, gucke mal, alle faul. Huch, achso, wir müssen zur Arbeit. Okay. Fuchsi Hype, der Puli-Boo, Hallöchen und Redi Germany. War noch jemand? Nö, ne? Doch, da, guck. Kavng. Kavng. Hi, hi. Nix-Sappi-Modes. Ja. Huch, Benjamin hat einen Urlaubstag verdient. Äh, was? War ich nur zwei Stunden arbeiten oder was? Angespannt, braucht einen Tag frei. Mann, Mann, Mann. Geht's euch gut, ihr Lieben? Was habt ihr denn gemacht eigentlich? Spiel, spielen, online, soziales Netzwerk. Hm, 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 hm. Wir versuchen hier gerade hier voll der Social-Media-Star zu werden. Schimpft die Radar aufnehmen. Bild teilen. Geredet. Geredet. Ach. Hauptsache Spam. So kennen wir die Frau Fuchs. Ah, Niso. Hm. Huch. Na ja, Hauptsache ihr hattet einen schönen Abend. Gemeinsam. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Der Oberarm ist sehr passend. Gut, Sebastian hat auch Geld nach Hause gebracht. Das ist supi-dupi. Wie soll ich denn 10.000 Follower schaffen? Das ist ja unfassbar. Da muss ich ja den ganzen Tag nur am Rechner hängen und hier soziales Netzwerk Zeugs machen. Bip, bip, bip. Achso, Bennylein. BG sagt nein. Oh, shit. Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Okay, das ist, äh, blöd. Schimpft die Radar aufnehmen. Gucken wir nochmal nach den Trends. Willst du Influencer werden? Oh ja. Sims-Fluencer. Pops weiß noch nichts von seinem Glück. Ach, Mann. Das ist doch echt kacke. Was ist mit ihm? Voll eklig und dreckig und überhaupt kein Spaß. Äh, komm hier. Erstmal duschen und die müssen wir auch mal sauber machen. Mibunzinoush, Migraf. Oh, Shushka. Jetzt steigt der Ruhm wieder so ein bisschen an. Also, so ganz verstanden habe ich das nicht. Man wird auch wieder unbekannt dann, wenn man Ewigkeiten nichts, wenn man lange nichts macht. Und das steigt auch nur sehr, 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 sehr langsam an. Das ist schon ganz schön anstrengend. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Beauty-Review, Kräuterkunde, Koketten-Vlog. Oh, ein Koketten-Vlog. Also, diese Beauty-Tipps. Na komm, machen wir mal Beauty-Tipps. Beauty-Tipps mit Benni. Ah, hier, also, das Puder muss man so auftragen. Ja, mein Kind, danke für deinen Host. Was für Erweiterungspacks hast du? Ähm, ich habe die großen Erweiterungspacks, habe ich alle. Aber diese ganzen kleinen Zusatzinhalte habe ich nicht. Also, ich habe die Tierchen, ich habe die Get Famous, äh, Get Together, blablabla. Die, diese Sachen habe ich alle. Frau Fuchs verabschiedet sich. Ich wünsche euch viel Spaß. Äh, ja, vielen Dank, Fuchsi. Macht dir noch einen schönen Abend. Auch wenn, äh, mit blöden Nachrichten und so. Ähm, lass es dir gut gehen. Und, äh, lass mal von dir hören. Bitte. Danke dir. Tschüssi. Äh, äh, versagt schon meine Stimme. Immer schön die Nägel pfeilen, ne? Gepflegte Hände sind wichtig. Was ist das eigentlich mit Balou? Achso. Niesmuschel, in der Lounge soll ein Talentwettbewerb stattfinden. Los, machen wir uns lächerlich. Ah, komm. Machen wir uns lächerlich. Mit Frau Niesmuschel mache ich mich lächerlich, das ist gar kein Problem. Ich kann dir gleich sagen, was ich für Packs habe. Muss Origin installieren. Wieder. Yo, macht das mal. Am. Guck mal, wie es da, wie es da flackert bei dem Krümelmonster. Huch. Lokalen Talenten unterhalten. Melde dich in der Bar an, um teilzunehmen. Äh, wat? Wo muss ich mich anmelden? Hier. Essen bestellen, freundlich, lustig, gemein. Stellen wir uns das mal freundlich vor. Oh, hier, der mega, der Weltstar. Judith Ward, der Weltstar. Wer kennt sie nicht? Kann ich mich jetzt hier anmelden, oder was? Melde dich in der Bar an, um teilzunehmen. Aktion. Ich kann mich nicht anmelden. Hier vielleicht direkt singen, üben, plus Ruhm. Auftritt geben, plus Ruhm. Sie müssen am Computer geschrieben werden, bevor sie... Ach, krass. Komiker engagieren. Oh, scheiße. Ruhmsglanz ausschalten. Ach so. Um Selfie bitten, Umarmung bitten. Autogramm bitten. Aha. Ruhmsglanz. Guck mal, da hat das gleiche T-Shirt an wie Frau Niesmuschel. Ach, das ist Tobi. Haha. Der Tobi. Und die Frau Niesmuschel. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Der Tobi. Ah, yupps. Oh, oh, yupps. Don't raise me for so long. Niemand beachtet mich. Ich habe gehört, dass im Klop gerade eine tolle Party steigt. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für eine Party. Wie damals, als wir Let's Sing gespielt haben. Ja, ich hätte so gerne mit dir Just Dance gespielt, Frau Muschel, du glaubst es gar nicht. Oh Gott. Kann ich eigentlich auch Witze erzählen? Ach guck, Frau Muschel hat mir Geld hingeschmissen. Die Frau Muschel nur alleine tanzt. Das macht mich voll traurig. Wie immer zwischendurch. Die ganzen Promis stehen mir voll die Schau hier. Wie immer zwischendurch. Oh, vielleicht sollte er das erstmal zu Hause üben. Aber schade, dass man sich nicht doch für diesen Talentwettbewerb da anmelden kann. Aktion. Aufregung teilen, warum ich flüstern. Und jetzt einen, warum sonst noch ein Ding rein. Ah, ich bin so. Ich bin so. Ja, ich bin so. Ich bin so. Oh, ich bin so. Kussi Bussi. Aus die Solarfakal rauswerfen. Ab nach Hause. Jetzt konnte niemand beim Talentwettbewerb teilnehmen, aber hey. Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. Benjamin hat 12 Follower dazu gewonnen. Was? Ich habe nur über 674 Follower? Was? Äh, okay. Wo sind die ganzen anderen Follower hin? Ich hatte doch über 1000. Oha, man muss da echt ganz schön dranbleiben. Wie gemein. Wie gemein. So, ich glaube ich mache jetzt gleich Feierabend. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir noch ein bisschen. Wollen wir mal rüber zu Sparrow und Muschel. Dingsen. Und der Sparrow, äh, der Frau Muschel und dem Herrn Sparrow noch eine Katze basteln. Getrollt. Tja, das mit dem berühmt werden ist schwieriger als erwartet. So, speichern. Dann gehen wir mal. Mh, 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 mh. Welten verwalten. Okay. Hier oben wohnen diese ganzen Promis. Hier können auch nur Promis wohnen. Und hier unten haben wir so ein bisschen Zeug. Ich habe nur drei Wohngebiete. Das ist echt voll wenig. Und dann das Thema WG. Frau Muschel. Familie Muschel. So, pass mal auf. Haushalt verwalten. Äh, bearbeiten. Narschkosmeba, ha? Huh, was ist das denn? Einen akkulten Sim hinzufügen? Einen alien Sim, okay. Warum auch immer. Sim 5 Tarnung. Nee, ich möchte, äh, äh, ja. Ich wollte eigentlich nur eine Katze. Genetik-Experimente. Tier hinzufügen. Neuen Sim hinzufügen. Was ist das? Sim 5 Galerie hinzufügen. So, Katzi. Fertig. Das ist Grace, eindeutig. Er ist zu dick für Grace. Brau. Brau. Schwarze Katze. Na, die ist aber zu fett. Guck mal, wie fett die ist. Miau. Oder kann ich die dünner machen? Vielleicht so ein bisschen so. Blub. Insgesamt. Grae sieht auch bald so aus. Das kann natürlich sein. Aber ich finde, diese Katze sieht mehr aus wie Grace. als die andere, oder? Warte mal. Wo ist sie denn jetzt hin? The other cat. Was sind denn alle so fett? Was ist denn jetzt die andere schwarze Katze? Noch eine Mopsi-Katze. Hier. Nee. Hä? Hä? Ähm. Ich muss ja mal kurz neu anfangen. Ich muss ja mal kurz neu anfangen. Das ist ein bisschen Grace. Vom Gesicht her nicht so. Glaube ich. Aber so vom Körper ist es Grace. Finde ich. Oder? Nee. So dünn ist sie nicht. Doch, doch. Das ist Grace. Ich erkenne ihren teuflischen Blick. Ich erkenne ihren teuflischen Blick. So. Schwanz ist auch richtig. Fellfarbe und Muster. Ja, einfarbisch schwarz. Das passt. Fell. Ja, eigentlich hat Grace sehr glattes Fell. Tierverkleidung. Ja. Das ist Grace. So sieht. So. Frau Muschel und Herr Sparrow haben Grace so einen Hut gekauft. Damit muss die arme Katze immer rumrennen. Nee. Oh, guck mal wie süß. Oh. Hier ein Taco. Bin auch nur so mollig, weil ich das Fell aufträgt. Ja, ja. Ist klar. Hier Sushi. Ein Strichmodus. Einstreichen wollen wir sie eigentlich nicht. Gibt so Haischlafhöhlen. So. Äh, Bombay-Katze. Ja, ja. Ist natürlich nicht Bombay-Katze, sondern Grace. Und naja, anhänglich, flauschig, gerissen. Neugierig, verspielt, territorial. Na, aggressiv gegen Neuen bekannt ist es nicht richtig. Munter ist sie auf jeden Fall. Aktiver. Ja, also munter ist sie auf jeden Fall. Flauschig. Nö. Freigeist. Ja, schon freundlich, gerissen. Neugierig. Herumtreiber. Schelmisch, ja. Unfug. Wir nehmen sie oft daneben und können sogar dazu ermutigt werden. Ha. Schelmisch, ja, genau. Iiiiih. Hat die Kreativen gekackt. Vielfraß verzogen. Was nehmen wir noch? Gerissen oder neugierig? Das finde ich irgendwie ganz, ganz gut. Ich muss mal kurz gucken, was die anderen eigentlich haben. Einstein. Einstein ist vielfraß, redselig und munter. Newton ist ein Herumtreiber, genau. Flauschig. Freundlich. Redselig. Auch Katzen müssen manchmal abkötteln. Ja, ja, ja. Redselig. Na gut, dann ist sie. Okay. Sie lauert die ganze Zeit. Äh, huch. Grace. Hallo, ich heiße Grace. Wer steht denn da? Muschling. Ist ja. Äh, hallo, ich heiße Grace. Grace Muschel. Die ist ja die Familie Muschel, ne? Einstein Muschel. Also die Katzen, muss man denen einen Nachnamen geben? Eigentlich nee, oder? Newton. Einstein. Sparrow Muschel. Das ist Sparrow Katzenfreund. Unbrechenbar und kreativ. Auch Katzenfreund. Entschuldigung. Gucken, ob es hier was Schönes Neues gibt. Na ja, gut. Ach so, jetzt gibt es was für kaltes Wetter und für warmes Wetter. Ach, das hatten wir sogar schon. Ach, guck. Guck mal an. Deine Haare müssen roter. So, passt so? Ne, eigentlich sind die ja so ein bisschen dunkel, ne? So hier. Das da, oder? Ist das okay? Okay. Dunkelrot, okay. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Vielleicht hier so eine Pferdemaske oder so? You just died in your arms tonight. Ohrwurm-Alarm. So, die Familie Muschel ist... Ach, guck mal, jetzt hat jeder eine Katze auf. Natürlich, die Frau Muschel hat Grace auf dem Arm. Der Sparrow hat... Ja, kann sich nicht unterscheiden. Ich glaube, das ist Newton, das ist Einstein hier unten. Okay, äh, die sind ja schon eingezogen. Die kann man jetzt spielen, die Familie Muschel. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob da schon Möbel im Haus sind oder nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Katzen mit Möbeln versorgen. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, was hier bei Einstein, was da für ein Problem hat. Einstein. Zur Tierklinik bringen. Na komm. Bringen wir erst mal Einstein zur Tierklinik. Wo ist die Tierklinik? Da. Erst mal mit der Katze zum Doktor. Mal gucken, was der für eine komische Krankheit hat, der Einstein. Hm, hm. Ja, 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 ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin.